Na, erinnern Sie sich? Schäfer nach innen geflangt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt und Tor, Tor, Tor. Mit dem 3 zu 2 gegen Ungarn schoss Helmut Rahn Deutschland zum ersten Mal zum Weltmeister. Unter welchem Titel ging das Finale 1954 in die Geschichte ein? A. Das Wunder von Budapest, B. Das Wunder von Bern oder C. Das Wunder von Lengede.